Schnell weg hier. So warte, achso, ansehen, äh, Gras einsammeln müssen wir. Also ich muss sagen, der Audi läuft ziemlich gut und ist auch vom Lenkverhalten ziemlich gut. Obwohl du hier mit 80 fährst, kannst du hier gut in die Kurven reingehen, gute Straßenlage. Wie, ist der jetzt schon fertig mit Mähnen? Hallo? Hier drin. Bist du schon fertig mit Mähnen? Jo. Ging ja flott. Gut. Okay. Ich dachte, du wirst den Ladewagen geholt. Ne, ich bin bei mir jetzt am Ansehen. Ah ja, okay. Gut, dann, äh, sammle ich mal weiter ein und geb dir dann Bescheid, wie viel rauskommt. Jo. Jo. Gut, bis dann. Ciao. 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 withandere Hallo? hopefully war aber ganz schön flott hier mit mähn naja ich denke der kann sich mindestens eine ladung abholen so viel gras brauche ich eigentlich auch gar nicht weiß gar nicht wie viel ich überhaupt schon im silo habe 56.000 jetzt muss ich gleich wieder den berg da hochkutschieren der ist einfach nicht für diese steigung und das gewicht ausgelegt der case hat da schon ein paar jährchen auf dem buckel ich weiß gar nicht hatte ich letztes mal eine sale maschine im düngestreuer vom ding aus geliehen ich glaube schon vom landhandel so was uns natürlich auch zugute kommt ist immer noch die subventionierung durch den peter altmann der hat ja jedem hof 12.000 euro pro tag versprochen die laufen laufen natürlich auch noch weiter das heißt pleite gehen geht eigentlich gar nicht so so Das ist ja so, dass der hier auch kommt. mit 5 km ich habe doch schon ein Gewicht vorn drauf einfach keine Traktion ich habe doch schon ein Gewicht der Ladewagen geht richtig mit dem Case spazieren vielleicht passt da noch alles rein das wäre nämlich optimal so was ist unser nächster Plan hallo hallo Hans äh ich habe trotzdem mal eine Frage an dich bist du noch böse? nein was hat denn der günstigste ne nicht der günstigste oder doch der Joskin Viehtransporter was hat denn der gekostet? oder was kostet der? 24.000 doch zu viel ja gut ähm was wir vielleicht noch machen müssten ist bis nächste Woche ähm dass man vielleicht mal die Produktion abfährt und guckt den Wert ermittelt was die denn kosten ja was können wir machen nachdem ich fertig gewünscht habe ja also kann es ja auch irgendwann nebenbei machen müssen wir ja nicht alle mit einfach die Wertermittlung der der Produktion von allen gell? das können wir zusammen machen warte mal ich muss mal gerade gucken ähm das wäre ja nur Sägewerk Dieselherstellung äh Mehlfabrik Pelletfabrik ok doch sind doch schon ein paar Kirschplantage ne Kirsch Pellet Mehl Diesel Pelletfabrik Mehlfabrik Komposter Kieselfabrik Kirschplantage Sägewerk und das ja was was ja sechs Stück oder? also auf sechs Stück bin ich jetzt gekommen 1 4 5 6 ja ok ja dass wir einfach wissen was der was der Grundwert ist ja dass wir da auch äh wenn wir die nächste Woche dann versteigern oder so dass wir da auch wissen was rein kommt kommen muss für die Stadt ja ok gut passt dann äh war es das erstmal ja tschau bis dann tschüss danke ja hallo 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 Jürgen äh so ich hab jetzt das Gras alles aufgesammelt der zweite Ladewagen ist fast voll 55.000 nochmal also haben wir 111.000 gekriegt oh das ist ordentlich ja jetzt ist nur die Frage was willst du haben wie viel wie viel brauchst du denn na wenn ich so 10.000 hab dann reicht mir das erst mal dann fahr ich dir das rüber dann fahr ich dir das rüber jo merci gut bis dann tschüss jo tschau ok hat man das auch geklärt also das mit den Karotten das ist ein bisschen da muss der Händler sich irgendwas einfallen lassen dass man da bis nächste Woche also bis zur Ernte dass ich da irgendeine Maschine kriege wie das Karotten ernten kann ey hab ich da nicht drauf geachtet ja das denkt man ja auch nicht weißt hast du ja Karotten am Start und kannst du ja dann nicht anden weil der Händler nichts anbietet nein also ich weiß dass Holmer da was anbietet dann müsste man gucken dass so die von Holmer da irgendwas drauf kriegen fahr ich eben das gerade nochmal durch noch die andere Leitung dem seien Hund sitzt vor dem Gehege aber so einen kleinen Hühnerstall könnte ich mir vielleicht auch gönnen da müsste ich nochmal gucken wo ich den auch hinkriegen kann aber eigentlich würde ich schon eher nochmal ein bisschen mehr auf die Schafe gehen deshalb hätte ich eigentlich gern mir noch so einen Viehtransporter gleich gekauft dass wir da unabhängig sind sonst muss ich mir immer einen mieten das ist lästig so 54.000 sind noch drin 20.000 soll ich drin müssen ey ich bin gut wie jedes Mal 10.000 ja so ist gut gut haben wir genügend Gras für unsere eigenen Schäfchen doch warte mal ich würde schon ein bisschen gern gucken ich würde doch gerne gucken wie das aussieht ja hallo Hans jetzt habe ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen können wir uns vielleicht doch treffen und die Produktion mal ein bisschen abfahren ja ja hatte ich ja eh gesagt ok wann bist du soweit also ich bin jetzt soweit ok ich bring gerade noch die Ladung Gras zum Hans äh ne zum Jürgen ja ich habe mich schon gewundert ähm dann wo treffen wir uns bei mir würde ich sagen oder äh was liegt denn auf dem Wege äh oder treffen wir uns oben bei der Raffinerie können wir machen also bei Ölproduktion äh Dieselproduktion ja ok gut bis gleich bis gleich tschüss tschüss so muss ich jetzt das Ding hier hin einfach hier gut weil dann ok so dann fahre ich jetzt zurück zum Hof dann treffe ich mich mit Hans Peter bei der Dieselproduktion und dann gucken wir mal was die ganzen Geschichten hier so wert haben tschüss 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 Mittagsschleifchen könnten wir jetzt eigentlich machen 3 Uhr wäre doch passend öh 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 Vielen Dank.